Timmy Timmy, wenn du draufgehen solltest, mach dir nix draus Oha Wie, wer ist damit? Ah, schon besser Und... Nein, wir werden dazwischen Hat ich mich jetzt... Da war ich mir nicht so sicher Obwohl, du bist eher ein Psycho-Pumpen Du erhöhst deine Spezialangriff und Spezialbeteilien Na toll Was genau bringt es dir jetzt? Na toll, du hast deine Chance Ja, Tagari ist auch schon mein Sohn Ich war immer auf Night Slash hin, muss. Oha, zur Top-Barriereich Level 50. Wenn Timmy jetzt auch noch Level 50 erreicht, dann sind wir berupt. Wir haben nichts zum Aufladen. Oh, wieso musst du jetzt ankommen? Oh, das ist ein Aufladen. Was ist ein Aufladen? So, ich würde sagen, aber ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Achrobatik! Ähm, die Drehung? Kann ich schon mit 10 Strike einsetzen? Ich die Junge! Ach, was soll's? Mann, wieso macht das... Ja, genau. Das kannst du einem anderen erzählen. Ich sag da jetzt, falls du Charme einsetzen willst, vergiss es. Hm. Das ist auch ein Pflanzentyp, ne? Ja, wir brauchen leider noch die Attacke Flash. Und jetzt? Erlöschst du deinen Spezialangriff und Spezialbeteiligten abzuordnen. Und jetzt? Du hast lieber mal deinen Speed erhöht. Das war Blättertanz. Ja, das... Nee. Das ist so unlogisch, mein Mann. Ich mein, jetzt mal vom... vom Typ, äh... vom... vom Level abhängig... mal... Mann, das Level komplett weg! Was? Du willst mir doch jetzt nicht einfach sagen, dass du mich hier besiegen tust. Ich glaub, bei dir hackt es. Ich glaub, bei dir hackt es. Die Blättertanz ist richtig. Das kann niemals im Leben so viel abziehen. Das kann sie mir nicht entziehen. Ja, genau! Man muss mal ihren Pappen lieber einsetzen. Ja, genau. Ja, genau. Äh, ich glaube, wenn er so weit geht, habe ich bei der alten Leber durch hier. Ich glaube, so leicht lasse ich mich nicht missen. Ich muss bloß das richtige Pokémon herkommen. So. Akropatik, ja, das kann man, ne? Das kann man. Da hast du nichts. Toll, jetzt habe ich erst mal meine ganzen Pokémon aufgenommen, nur weil du mir einen Nacken an der M-L-D-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D. So. Genau. Du! Du! Au! Und du! Und du! Ja, genau, okay. Ja, also wenn du, dass du hier so weit bist, dann in der Kugel gefährlichst du. So. Gibt's nicht mehr. Ich werde einfach nur zusehen, dass ich jetzt erst mal zur Liga komme. Oh nein, wir bekämpfen einfach mal Dich. Aber dann können wir uns auch gegen die anderen. Warum? Dünn. Toxie. Nice thing. Aquatier. Na toll. Komprimierung. Komprimator heißt das. Und wie ich das denn immer hasse. Du wirst es unbedingt wissen, ne? Du wirst es unbedingt wissen, ne? Du wirst es unbedingt wissen, ne? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Oh man... A control! Uh oh! Neetle nooho! Genau so! Du hast doch den letzten Schuss nicht gehört. Nein! 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 Es war so gut! So, nachdem sich ja mein Immolankopf wieder aufgehängt hat, muss ich noch mal strahlen. Ich durfte alles wieder aufspielen. Das ist doch so was von schön. Ja! Hoffentlich läuft es diesmal besser. Ach ja... Immer ist was mit dem Schrottiges zu. Na komm, ein Schlaggegenau. Na toll, jetzt bist du froh, jetzt hast du mir intern oder was? Ja! Reicht jetzt? Das war Duplex, Simon! Ja! Genau! Das ist bei mir das Mal passiert! Und dann ist er abgeklagert. Da ist dieses mieses A schon. Ja! Und.... Man ist das Okay, aber... Ich kann auch noch was ankommen. Niemals. Hast du auch noch was ankommen? Ja, nicht rum. Da ist nichts. Komm, die muss sitzen. Oh, Mann. Ja, beim Metronome weiß ich ja nie, wie... Genau. Erhöhe mal deine Beteiligung. Ah, ist ja noch nicht genug. Oh, auch Zungen hat gerecht Level 51. So. Genau. Alle unsere Pokémon. Die sind ganz schön erschöpft. So. Was machen wir jetzt? Gehe ich erstmal dahinten? Ne, ich gehe hier nicht. Also ich komme erstmal zur Liga. Ja. Okay, eigentlich wäre es egal gewesen, wo ich langsam herkippne, hätte ich so oder sowieso. Aber das ist immer so offen, wenn du heraus... äh... Glück kriegst. Sollte ich das jetzt mitstehen? Sollte ich das jetzt mitstehen? Sollte ich das jetzt mitstehen? Und das ist auf jeden Fall mit dem Level 50 bis zur Liga her. Vielleicht nicht hilft einfach zu lösen, aber er passt eigentlich. Und... Vor allem, ich brauche nur noch 2 auf Level 50. Schluss. Zauber. Wie? Primärzeit Level 50. Nein, das ist natürlich nicht der Ende. Das kann so bald sein. Okay, genau so. Das kann man sich eben als Euer See. Vielleicht besser hier. Dann können wir uns auf den Wegpunkte mit dem Weg verholen.